Passt. Ab nach oben. Digga, ich furze gerade extrem hier. Junge, was bin ich denn, eine Wolke? Du bist eine Wolke, ja. Ich weiß auch nicht. Hä? Warte, warte, ich kann auch wieder... Nein, Marvin... Ey, Marvin ist erst ein Produkt. Tschau. Why? Why are you doing? Das ist nicht schlecht, Marvin, Alter. Hey, was geht ab, meine Genossen? Heute wieder eine russische Web am Start mit Genossen und Geheimagenten. Hallo, hallo. Geheimagent Pro Bosser natürlich. Oh, was sind wir denn hier? Der KGB schaut wieder zu. Digga, ich bin russischer... Was? Lol, die Scheiße, wie geht das? Ah, mit X. Lol. Wie landet man denn wieder? Ich will wieder landen. Hallo? Ey, das ist so... Digga, wie lande ich... Ich weiß auch nicht, wie man landet. Hä? Was? Hier. Kev, über die Limousine musst du. Kev, über die Limousine. Ihr habt das Boot genommen, oder was? Ein Team Parcours. Ah, wieder Team Parcours, lol. Was? Was? Oh, gut, dass wir nicht die gleiche Scheiße genommen haben. Also, was habt ihr jetzt genommen? Ich habe die linke Seite genommen, ja. Okay, dann nehme ich das Boot. Das Boot? Ich glaube wirklich. Ich fahre jemandem aufs Dach. Ey, das kann echt gut... LOL! Das ist Speed. Ihr müsst das rückwärts machen. Nein. Fahren Sie, Deko. Fahren Sie. Ich sag jetzt schon mal rückwärts. Also, bei mir ist Kev jetzt runter. Bei mir steht Kev immer noch vor der Rampe und ich fahre hier lang. Ich bin auf deinem Dach. 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 Warte, warte. Warte, warte. Nicht so schnell, Deko. Du fährst viel zu schnell. Digga, bei mir stehst du immer noch hinten vor der weißen Rampe, Alter. Ich sag dir doch, ich bin bei dir drauf, Mann. Du sollst hier einer zurückfahren. Warte, wir müssen drehen. Ja, einer muss ja zurückfahren. Mach ich. Ich muss aufs Dach. Aber, warte. Kev, warte doch. Ja, dann vielleicht kann ich auf Deko drauf springen. Alter, das geht ja gut, wenn ich gehen würde. Hey, der ist doch gar kein Speed. Wo ist denn der Speed da? Kev ist in den Speed reingefahren. Aber warte, ist das wirklich ein Team Parcours? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das jetzt einfach mal so gedacht. Also, ich bin auch gerade jetzt hier so rübergekommen. Okay, dann. Ich glaube auch. Also, wahrscheinlich ist es dann keiner. Aber wieso bin ich dann ein bisschen schneller? Prischen. Vorsicht. Speed, Speed, Speed. Hör, 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 hör. Ich fahr rückwärts. Mir ist das egal. Ja, dann. So. Alter! Deko wie? Ja, 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 ja. Die Deko hat das Ding geschafft, Alter. Ja, 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 ja. Digga, jetzt einfach keine Chance. Hä? Loll, beim Drip ist das schon so, dass man nach vorne geboostet wird. Alter. Aber ich bin trotzdem verwirrt gerade. Ist das jetzt ein... Ich hab keine Ahnung. Normalerweise muss man wahrscheinlich, eigentlich kommt man nicht rüber mit dem Ding. Aber das ist wahrscheinlich nicht so gewollt. Weil dann würde die Map ja Sinn ergeben. Naja. Alter, hau. Typisch russisch wieder übers Neues versuchen und hat einfach mehrere... Aber finde ich eine geile Idee. Finde ich wirklich eine geile Idee. Ja. Ich finde das auch diese Teampunk, wo man zwei Sachen nimmt. Finde ich grandios. Oh, oh. Digga, hier ist doch 100%ig schon wieder Geisterfahrer Deko, weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht, wie Deko es geschafft hat, da zu grenzen. Digga, ich weiß doch nicht, wo ihr Speeds sind. Deswegen passt die ganze Zeit so auf. So, und hier jetzt aufpassen. Oh mein Gott, warte, ihr hättet mich mitnehmen müssen. Guck. Loll. Genau jetzt hätte man einen Kev gebraucht. Damit wir den Team Parkour schaffen, muss ich. Deko, warte. Ich fahr zurück bis zu dieser Rampe. Ah ja, okay, vielleicht klappt das. Da ist ja kein Speed unten gewesen. Alter, das stimmt, das ist cool. Ist doch geil, das ist doch Team Parkour. Digga, ist ja richtig broke. Du musst dich ganz lang schnell und dann ganz langsam fahren. Let's check. Aber wie kommen wir denn da hoch? Ja, ihr? Ich kann euch wahrscheinlich mit dem Cargobob dann hochnehmen. Warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Cargobob? Okay. Bei mir stehst du jetzt ganz vorne rechts mit zwei Reifen von mir runter. Ich bin, ja, ja, ich bin aber perfekt drauf. Fahr einfach ganz langsam. Bleibe drauf, ich bleibe drauf. Fahr einfach weiter. Ich bin, ich habe nicht keinen Millimeter im Weg bisher. Toll, bei mir rutscht die ganze Zeit oben so hart auf mir rum, Alter. Ja, also ich rutsche schon ein bisschen, aber es geht nicht so schnell, 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 zu schnell. Alter, die Kurve war tödlich fast. Komm ganz langsam, ganz langsam. So lange sie noch fast tödlich waren, schaffen wir es jetzt. Was ist denn da? Ich kann das gar nicht sehen. Hier ist so eine Erhöhung. Hier ist eine Erhöhung, wo man nicht rauffahren kann, also wir zumindest. Ach so, ah. Jaaaa. Nice. Und wir können jetzt, ach so, wir können jetzt weiterfahren. Ja, wir können weiterfahren. Und ich hoffe, jetzt kommt hier so ein... Ja, okay. Was ist Cap jetzt? Ich bin ein Bus. Cap ist ein Reisebus. Ich bin ein scheiß Bus. Ah, du musst uns hier glaube ich abholen. Wo? Hier vorne, wo ich jetzt ankomme. Wo? Hier bei mir. Hier links. Ach ne, warte, ne. Ich komme doch rüber. Bei der nächsten Plattform ist glaube ich so eine Lücke. Da muss ich mich reinstellen. Das sah so aus, als würde das hier nicht auf die Plattform stehen. Ja ne guck, ich muss mich hier reinstellen als Bus. Freunde. Das ist geil. Lol, aber ich brauche einen Bus. Was? Okay, darf ich vielleicht kein Bus sein? Ne. Geht ja auch nicht. Na, es gibt nur Bus. Okay, Freunde, aber ich bin der Deliver Bus. Also kommen Sie auf mich drauf gesprungen, Beko. Sehr, sehr gerne. Hä, aber warum ist hier schon wieder so ein Dingsbums rechts noch? Da muss doch irgendwas sein noch. Irgendwie gleich. Ich soll gleich noch anzeigen. Oh. Oh. Vielleicht für mehrere Personen. Aber ich bin so hoch, oder? Ich weiß nicht. Bin ich nicht zu hoch? Oh. Kommen Sie, fahr ganz nach hinten, ganz nach hinten. Deliver Bus. Ganz nach hinten. Da vorne ist ein Wegpunkt, da muss einer zurück. Fahr doch ganz nach hinten, Kev. Ich muss sagen. Guck mal, wie hoch ich bin. Oh. Ja, dann fahr ganz nach vorne. Du willst. Nee, das ist mittig. War ja ganz ein bisschen weiter. Na, los. Go, go, go. Warte, ich ranne dich von hinten dann auch noch. Ja, warte. Ja, ja, warte. Warte, ich ranne dich, ich ranne dich. Oh, weiter. Digga, ich kann nicht fahren. Ich habe keine von meinen Reifen. Warte. Fahr mal ziemlich weit nach vorne. Warte, ich habe keine Idee. Wieso? Fahr mal nach vorne, hey, Kev. Warte, diese schrägen. Ich bleibe mit der Deliver Boy, keine Sorge. Aber diese schräge ist bestimmt dafür da, dass man sich hinlegt. Nein, dass du dich hinlegst. Ja, genau. So, legst du dich hin. Dekolo, das ist falsch. Ja, ich leg mich schon hin. Ja, genau. Leg dich hin. Mit hinlegen macht es Sinn. Ja, genau so. Du musst schneller fahren, glaube ich. Nein. Ja, warte. Fangen, mach. Buh. Nein. Junge, dieser Hate, Alter. Sag mal. Buh. Ja, hier so. Genau so bleiben. Besteigen Sie mich. Buh. Ja, wir haben uns. Ciao, ich weiß ein Ziel. Wir sehen uns dann. Okay, wer legt sich für mich hin? Niemand. Ich fahr jetzt rein. Kev. 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 Einer muss mit der Front. Einer muss mit der Front. Okay. Wo wollt ihr lang fahren? Einer links, einer rechts. Also ich fahre rechts dann gleich. Okay. Ich fahre. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ich will schauen, was besser ist. Warte mal. Das ist cooler. Oh ja. Ist doch viel cooler. Oh Mann ey. Warum hab ich den Gabelstapler bekommen? So ne Scheiße. Hey. Ciao. Ich will auch so was cooles. Also ich würde jetzt sagen, jetzt lassen wir Deko zurück. Wir sind ja zu zweit. Dann weiß man, wie es sich anfühlt. Also. Na komm mal. Ey guck mal, ich bin im Verwandlungsmodus. Alter. Gäste so ne richtige Wolke, Alter. Okay, hoch mit mir bitte. Guck mal, ich kann jetzt sogar beide aufladen. Warte, beide. Ich war nach vorne. Ich weiß nicht, wo meine Reifen sind, aber ich denke, das passt. Natürlich. Ab nach oben. Digga, ich furze gerade extrem hier. Junge, was bin ich denn? Eine Wolke? Du bist eine Wolke, ja. Ich weiß auch nicht. Hä? Warte, warte. Ich kann auch nicht. Nein, Marvin. Ey, Marvin fährt sich zurück. Ciao. Why? Why fahren sie zurück? Bist du schlecht, Marvin, Alter. Ey, okay. Die Wolke macht das. Nein, ich mach das ja. Marvin ist gemacht weg, Alter. Wirklich. Ey, ich sehe wirklich nichts. Hallo. Okay, ab nach oben, bitte. Digga, ich vertraue dir nie wieder, du Chobo, Alter. Ich hab doch gesagt, ich hau dich weg. Wo, du Puppe, Alter, in dein Gesicht, ey. Ich habe... Kann ich noch irgendwas machen? Soll erfüllen. Was Marvin für ein Wichser ist, ey. Oh mein Gott, ich bekomme die Karte, Marvin. Ich weiß gar nicht, wie mein Wagenbomb funktioniert. Kann ich das Ganze noch irgendwie sabotieren? Leute, die haben einen Fehler gemacht. Einer von uns hätte auch Gabelstapler sein müssen. Wieso? Weil hier oben... Hä, das geht doch gar nicht, wenn man zu zweit spielt. Er fährt doch hier gleich weiter. Ach nee, Deko muss gleich hochfahren. Ja. Digga, ich muss mit dem Gabelstapler so'n scheiß Parkour hier fahren mit Speeds und so'n Scheiße, Alter. Mit dieser lahmen Mistkröte. So, okay. Weiter geht's. Ich hab richtig schlechtes Schlechtes losgezogen. Okay Marvin, wir haben uns aber nicht jetzt. Mal. Nein. Doch. Even. Ich fahr hier jetzt weg, wenn ihr jetzt runterfahrt, dann habt ihr mich dann einmal runtergestoßen. Marvin, sag dir mal Even, obwohl er mich dann vorher einmal runtergestoßen hat. Wir fahren zusammen. Ja, wir fahren zusammen. Nö, lass, nö, lass, nö, lass, nö, lass, nö, lass, nö, lass. Digga hat gesagt, scheiß Stapelgabler, Alter. Stapelgabler. Stapelgabler. Carsten. Wie hieß nochmal der Gabelstaplerfahrer? Klaus. Klaus war das. Stapelgablerfahrer Klaus. Stapelgabler. Stapelgabler. Warte, warte, ich ramm dich von hinten. Nein, verpiss dich. Versteh'n du nicht. Sobald Marvin hinkommt, bin ich wahrscheinlich unten, Alter. Was habe ich dem Spiel getan? Warum dem Spiel? Ja. Hier. Oh. Ich bin 1 Wolke. Nein! Fick dich! Jetzt brauche ich wen, der mir hilft. Aha. Fiep den Wal. Nein, du musst andersrum fahren. Oh. Oh. Alter. Ich hab gekocht, Digga. Die kleinste die Fange ist und die ist dem Gabelstapler, Alter. Und kipp Gas! Weißt du, da passiert irgendwas? Kipp Gas! Alter! Warte. Ah! Nein! Hilfe! Oh. Digga, das Ding ist... Ich kann nicht mein Wheelie machen, Alter. Mach mal die Handbremsen-Technik. Handbremse, Gas. Also, geht nicht, klappt nicht. Hab ich schon versucht. Okay. Vollgas! Ah! 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 Du hast aber gar nicht so lange gepustet, so lange mitzuschreien. Nein! 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 Oh Mann, ey. Nein! Ah! Ah! Nein! Nein! Ey! Fick diesen Gabelstapler einfach, Alter! Oh Mann! Oh! Oh! Alter! Arschab! Alter! Alter! Warte, ich komme! Nein! Wie schon? Ja! Oh mein Gott! Der dir hat geholfen. Oh! Jawoll! Das war echt so der letzte Millimeter, der nicht geklappt hat gerade. Ich weiß nicht, ob ich gerade stehe, aber die Wolke ist bereit. Nur beide! Beide! Das war ne Geburt hier! Wollt ihr getrennt, oder? Alles! Beide! Beide! Marvin hat versprochen, lieb zu sein. Das ist der ultimative Freundschaftfest. Wie hoch muss ich? So ungefähr. So! Ja! Bin immer lieb! Ah ja! Ich sehe so viel wegen der Wolke! Ich komme nochmal! Nein! Ich bin alleine! Ich komme nochmal! Ich komme zweimal! Warte! So weit vorne wie es geht! Zum Glück habe ich Scheibenwischer! Ja! Erst gut! Ich glaube ich bin drauf, aber ich sehe es halt nicht! Oh! Ich meine... Was ist das? Was ist das? Diese Wolke, die ich da transportiere, Alter! Nein! Nein! Bye-bye! So, geht das ausgerechnet und los! Wunderbar! Hilfe! Drück! Juhu! Bitte! Warte, ich rette dich! Lass mich respawnen und nicht mehr... Rette mich! Leute, ich fahre zur Abwehr von links! Kann ich dich irgendwie retten? Ich hoffe! Bitte was anderes! Ey! Bin ich im Bug? Hau das Ding runter! Dann kann ich da drauf fahren! Ich kann... Ich glaube es geht nicht nach ganz unten! Geht es nach ganz unten? Wenn es nach ganz unten geht, wäre natürlich super sexy! Dann kann ich das einfach vor dir schieben! Ne guck mal! Das ist das Maximum unten! Okay! Dann musst du mich jetzt äh... Komplett retten! Irgendwie! Ja! Ihr müsst mich sandwichen und dann nach hinten fahren! Los! Sandwich mich! Digga, der hat Rettung mit Aktion! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Los! Ne! Okay, ich bin los! Sehr schön! Jawoll! Sexy! Ich bin los! Du da! Um die Anschlungen zu geben! Aber ich finde das super cool! Ich finde die eigentlich super geil, das kostet super viel Arbeit die zu erstellen, aber es ist einfach eine richtig coole Sache. Okay, wir müssen jetzt rechts fahren, ja? Wir fahren rechts. Ne, ich habe eben gerade links genommen, ich will das mal rechts auch machen. Also ich habe links gehabt, dann könnt ihr ja rechts nehmen, passt ja. Ein Street Blazer! Wie funktioniert der? Ja, schicken wir mal runter. Ich muss helfen. Oh mein Gott! Ob ich noch genug Speed? Oh oh! Digga, ohne Caps Hilfe würde ich hier überhaupt nicht umschaffen. Speed, jawollo! Okay, aber wie funktioniert er jetzt? Digga, ich muss da noch rüberschauen. Also ihr müsst auf meinen Nacken, glaube ich. Ich kann einfach durchfahren. Nein Deko! Das klappt so nicht! Nein! Das klappt so nicht! Warte, warte! Warte! Und hast du was gebracht? Ein bisschen noch! Ein bisschen noch! Noch einmal! Ich komme auf, ich habe mehr, ich habe mehr Power. Los! Bleib so Deko, wir machen das nicht nochmal, wir machen das nicht nochmal. Und... Power! Power! Ja! Ja! Ich bin gerettet! Geil, haben wir das gemacht! Thanks to Superhelden, Digga! Nice! Digga, du kannst gerne rechts fahren, dann hast du das schnellere Gefährd. Stapel Galafahrer zu Hause! Ja, wie ihr müsst hier oben drauf! Wir können hier einfach durchfahren! Na, aber das ist doch kacke! Nicht abkürzen, machen das richtig! Ne, du kommst da glaube ich nicht durch! LOL! Doch, guck mal, ich komme hier durch! Ich hoffe, der Punkt war real! Aber ich muss euch immer auf meinem Dach mitnehmen, darum geht es ja! Ich glaube, ich muss sogar links nehmen, weil ich rechts gar nicht lang fahren kann! Rechts ist das Ding viel zu schmal! Alter! Okay, Kev, dann komm mal her hier! Ich bin auf dem Weg! Ey, Mann! Ich muss nach links fahren! Ich muss auch zu Kev kommen! Okay! Höre mit dich drauf! Ja, los, fahr! Ich fahr langsam, ne? Ja, alles gut, fahr, fahr! Kannst euch ein bisschen schneller! Ja, so ist gut, so ist gut! Tippel, tippelw, tippelw! Ja, alles gut, alles gut! Fahr ein bisschen weiter nach rechts! Nein, das geht nicht! Ich geb's auf! Oh, okay! Ah! Lass mich! Fahren Sie, rechts hoch! Machen wir! Jawohl! Der Boden ist Lava! Man muss sich das hier halt vorstellen! Man muss sich das hier halt vorstellen! Der Boden ist Lava! Challenge! Für Marvin ist der Boden Lava! Kommen Sie wieder drauf! Warte! Ein bisschen nach hinten! Ein bisschen nach hinten bitte noch! Ja, so ist gut! Ganz vorsichtig! Und ja! Wuh! Okay, fahr! Achso, da war ein Speed irgendwo zwischendrin, ne? Ich fahr auch ganz langsam! Okay! Dadadadada! Warte ein bisschen weiter zurück! Warte ein bisschen weiter zurück! Ich habe so ne Angst! Du hast so viel Platz hinten! Alles gut, mein Lieber! Alles gut! Sobald ich Gas gebe oder Bremse, fällst der weg! Okay! Bitte schön! Sehr schön! Jawohl! Dankeschön! Mufasa! Gib später ein bisschen Senkel! Mufasa aus Eltern! Und dann! Pass auf! Das ist irgendwo ein Speed! Das ist irgendwo ein Speed! Einer muss jetzt testen, wo der Speed ist! Einer muss jetzt testen, wo der Speed ist! Einer muss testen, wo der Speed ist jetzt! Okay! Nirgends! Nirgends! Okay! Dig! Kriegst du das hin? Eigentlich musst du da drehen! Da muss man rückwärts machen! Nein! Ich teste jetzt weiter, wo der Speed ist! Der ist da in der Ecke! Ich komme rückwärts! Der ist zu krass! Ich komme rückwärts! Okay! Das ist gut! Du hast sogar so einen Rosenkranz im Auto! Okay! Ich fahre drauf! Huh! Okay! Go! Warte! Kann ich einfach Leertaste drücken? Ich kann aber Leertaste drücken! Geil! Leertaste so ein bisschen weh! Sexy! Ich raum euch gleich weg, wenn ich in den Speed fahre! Ja! Sehr schön! Ja! Dann fahr doch nicht in den Speed! Okay! Oh! Wuh! Wir haben das Eisgert geschafft! Eine Runde noch! Also, da ist hier kein... Also, man kann hier cheaten! Aber ich glaube, hier geht es ja eher um den Fun! Um den Fun! Und um das man es auch schafft! Ich fahr drauf! Warte! Okay! Ich fahr drauf jetzt! 3, 2, 1... Hoppala! Okay! Alter! Das Ding explodiert war so krass! Ja! Wir haben uns in den Punkt! Ja! Sehr schön! Oh! Oh! Ist das das Ziel oder was? Ja! Hier ist das Ziel! Das Ziel wird es geschafft! Der Boden ist Lava! Die Rettungsinsel! Haben wir hierhin bekommen! Also, echt cooler Team-Pod quasi! Gefällt mir! Ja! Hat mir auch sehr gut gefallen! Ja! So Fake-Punkte oben einbauen müssen, denke ich! Ich weiß! Ich fange schon früher an! Das Jahr ist noch nicht zu Ende! Aber ihr könnt mir helfen! Ich würde mich riesig freuen! Checkt natürlich auch die Losers! Bewertet den Partier! Es hilft uns auch, die eine Million Abonnenten noch zu erreichen dieses Jahr! 300.000 fehlen noch! Abonnieren! Daumen! Mal oben! Und Glocke aktivieren! Ihr wisst Bescheid! Ja!